Musik 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 Schubert ist kaputt! Musa hat Steckdose! Bissou! Ja, diese Elektrogewehre! Ja, die haben halt keine Akkus mitgeliefert Wie willst du denn da schießen ohne Akkus? Ich meine, da kannst du gerne nichts machen! Ist doch von der Umwelt! Zieh doch einfach ne Kabeltrommel! Junge, das werden dann wirklich die Wehre auf 16 Ampere! Aus ist doch hier und von der Umwelt! Umwelt! Das musst gerade du sagen! Junge, du hast mitten im Fluss beim Panzer Ölwechsel gemacht! Ja, die da, wir haben noch ein ganz anderes Problem! Weil die Jungs hier, die haben jetzt alle Schiss gekriegt, weil der blöde Umweideini hat allen erzählt, dass sie nur da brökkige Spenster gibt und auf dem Klo hat er nicht gezogen! Und zwar schmecken wir voller Haare! Ach, das stimmt nix! Das stimmt nix! Die sind hier alle hier hinweg unter Umweg! Hör doch auf, Junge! Einer hat mir sogar als Poesie einfach umgeschissen! Das war ich, du Mühehaufen! Das sieht ja gut los, Junge! Wie läuft denn du, Junge? Pass bloß auf! Was willst denn du schnell an? Hä? Ich bin Jason Bonn! Bonn! Was, der Typ aus dem Fernsehen oder wie? Der Jason Bonn oder was? Was der ja einmal kennt! Junge, das ist ja einzig alter Kinder! Da können wir alle Feierabend machen heute! Hey Jason Bonn! Was ist der Typ aus dem Fernsehen? Ich hab da einfach einen Schiss!